In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man mit Hilfe der Produktregel komplexere Funktionen ableiten kann. Dieses Tutorial eignet sich in erster Reihe für die Abiturprüfung, aber man kann es auch als gute Grundlage fürs Studium sehen. Zuerst das Wann und Wie. Das bedeutet, wann brauchen wir die Regel und wie sieht die Formel aus. Selbstverständlich zuerst das Wann. Dafür nehmen wir folgende Funktion. Und wenn wir diese Funktion von Aufbau her anschauen, dann sollte uns auffallen, dass wir zwei Terme haben. Einmal diese Klammer hier und einmal die E-Funktion hinten. Und beide diese Terme beinhalten eine Variabel, das ist sehr wichtig, und sind durch Mal verknüpft. Wir können auch allgemein die Terme mit U und V jetzt bezeichnen. Hat mit der Formel was zu tun. Also in diesem Fall brauchen wir auf jeden Fall die Produktregel. Stattdessen, wenn wir jetzt rechts diese Funktion anschauen, es sind zwar die gleichen Terme, allerdings steht da ein Plus dazwischen. Also kein Produkt, das bedeutet keine Produktregel. Jeder Term wird hier an dieser Stelle einzeln abgeleitet. So, ein weiteres Beispiel sieht so aus. Auch hier, ob das Malzeichen jetzt gut sichtbar ist oder nicht, ist es egal. Wir können die Funktion so aufteilen, dass zwei Terme jeweils eine Variabel besitzen an dieser Stelle und natürlich mit Mal verknüpft sind. Also wir haben wieder U und V so gesehen. Und auf der rechten Seite stattdessen sieht auch sehr ähnlich dazu aus die Funktion. Allerdings das erste Term hier hat ja gar keine Variabel. Das bedeutet, in diesem Fall ist die Produktregel gar nicht notwendig. Es würde absolut ausreichen, wenn ihr nur die Kettenregel anwendet, weil die E-Funktion verkettet ist. Also, das sind jetzt so die typischen Fälle und wie man es erkennen kann, ob man diese Produktregel braucht oder nicht braucht. Und jetzt kommt selbstverständlich das Wie, also die Formel. Wir haben vorher gesehen, vom Aufbau her, sehen die Funktionen, die die Produktregel verlangen, wie folgt aus. Also wir haben ein Produkt aus zwei Terme, U und V allgemein gesehen. Und jeder dieser Terme beinhaltet mindestens ein X oder eine Variabel. Die Regel lautet wie folgt, wenn man diese Funktion ableiten möchte, dann ist F' von X U' mal V plus U' mal V'. Also die erste Funktion ableiten, die zweite abschreiben, plus die erste abschreiben, die zweite ableiten. Natürlich kann man die Reihenfolge auch vertauschen, das spielt an dieser Stelle keine Rolle. Um diese Formel besser zu verstehen, werden wir uns das Ganze natürlich anhand eines sehr einfaches Beispiels anschauen. Wie so sehr einfach, die Funktion, die ich hier ausgewählt habe, ist nicht verkettet, beziehungsweise beide Teilfunktionen sind nicht verkettet. Ich hoffe, sehr gut erkennbar, dass das hier U sein sollte und das hier V. Und im Normalfall sind die Funktionen und die Teilfunktionen auch teilweise verkettet. Hier haben wir noch einfache Funktionen. Weil es jetzt unser erster Beispiel ist, werde ich es ein bisschen ausführlicher machen als sonst. Das bedeutet, um die Regel oben anzuwenden, brauchen wir U, V, U' und V'. Und das werde ich jetzt hier an der Seite entsprechend schreiben. Das bedeutet, unsere Funktion U ist für uns x² und entsprechend ist dann U' nichts anderes als 2x. Also das kann man schon im Vorauss als Vorbereitung machen. V ist Sinus x. Entsprechend ist dann V' nichts anderes als Cosinus x. Wir nennen uns Sinus abgeleitetes Cosinus. Und jetzt können wir das hier für die Formel verwenden. Also wir können an dieser Stelle sagen, F' von x ist dann U' entsprechend 2x mal V, also mal Sinus von x. Plus U x² mal V', also Cosinus von x. Natürlich könnte man an dieser Stelle noch ein bisschen das Ganze zusammenfassen, denn man das x ausklammert, aber darum geht es ja hier nicht. Es geht einfach nur grundsätzlich um die Formel anzuwenden. Und jetzt schauen wir uns ein paar interessantere Beispielaufgaben an. Wir erhöhen ein bisschen den Schwierigkeitsgrad. Also ich hoffe, auch hier ist es gut erkennbar, dass wir ein Produkt aus zwei Teilfunktionen haben. Die erste, die die Variable x beinhaltet, ist natürlich Sinus x, das ist unser U. Und die zweite ist V, das ist diese E-Funktion. Was hier ein bisschen komplizierter wird, ist die Tatsache, dass die E-Funktion verkettet ist. Das bedeutet, um V abzuleiten, brauchen wir die Kettenregel. Die habe ich auch rechts eingeblendet. Für den Fall, dass ihr nicht gewonnen seid, diese klassische Regel anzuwenden, will ich noch kurz daran erinnern, wie man sie sich als Eselsbrücke merken kann. Man sagt immer bei der Kettenregel, äußere Funktion abgeleitet mal innere Funktion abgeleitet. Oder innere mal äußere, die Reihenfolge ist egal. Also so kann man sich diese Kettenregel auch vorstellen. Und das versuchen wir jetzt indirekt auf diesen Term hier anzuwenden. Also wir möchten die Ableitung. Und zuerst natürlich U'. Das ist kein Problem. Sinus abgeleitet ist einfach Cosinus von x mal V. Das bedeutet, die E-Funktion wird einfach nur abgeschrieben. Plus U, Sinus x, mal V'. Also äußere Ableitung mal innere Ableitung. Bei der E-Funktion ist es ganz einfach. Die äußere Funktion bleibt immer gleich. Deshalb schreiben wir einfach nur die E-Funktion ab. Mal die innere, bedeutet die Ableitung der Hochzahl. 2x abgeleitet sind natürlich 2. Damit wäre der Term eigentlich schon abgeleitet. Allerdings stellt euch vor, dass das hier eine Teilaufgabe von der Weiterführung der Aufgabe ist, wo ihr noch eventuell die zweite oder dritte Ableitung braucht. Natürlich könnt ihr diesen Term nicht in diesen Zustand lassen, sondern ihr müsst das Ganze noch ein bisschen zusammenfassen. Im Zusammenhang mit der E-Funktion ist es dann immer sehr günstig, wenn man diesen Exponentialanteil ausklammert, der immer gleich bleibt. Also kurz gesagt die E-Funktion. Die kann man dann nach vorne ziehen, als E hoch 2x. Und dann schreiben wir innen drin der Klammer, was noch übrig ist. Auf der linken Seite natürlich dieses Cosinus von x. Und auf der rechten Seite haben wir noch das Sinus und die 2. Also zusammengefasst kann man sagen, mal plus 2 Sinus x an dieser Stelle. Und das wäre dann eine kompaktere Darstellung der Ableitung. Zum Beispiel, wenn man jetzt hier noch die zweite Ableitung haben möchte, dann kann man das hier gegebenenfalls wieder als U und die Klammer als V definieren. Und das wäre kein Problem, eine zweite Ableitung zu machen. Das hier ist unser zweites Beispiel. Und natürlich auch hier ganz gut erkennbar. Auf der linken Seite haben wir ein Term, was eine Variable x beinhaltet. Das bedeutet, das wird unser U sein. Dann kommt ein Mal und das ist unser V. Auch hier ist eine der Funktionen richtig verkettet. Und zwar die linke. Ich hoffe ganz gut zu erkennen, die hoch 3 Klammer ist die äußere Funktion. 2x minus 1 ist die innere Funktion. Das bedeutet, auch hier müssen wir indirekt innen drin die Ketteregel anwenden. Auf der rechten Seite, die E-Funktion, ist diesmal nicht wirklich als Verkette zu betrachten, weil das ist nur E hoch x. Und wir wissen ja, E hoch x abgeleitet. Einfach gesagt, das ist E hoch x. Gut, zu unserer Ableitung. Fangen wir natürlich mit U an. Die hoch 3 geht nach vorne. Dann wird die Klammer abgeschrieben. Und die neue Hochzahl ist natürlich hoch 2. Dann kommt mal die innere Ableitung. 2x minus 1 abgeleitet sind natürlich 2. Und dann mal V. Mal 3 E hoch x. Das war die linke Seite jetzt. Plus U. Das bedeutet, dieser Klammer wird einfach nur abgeschrieben. Wieder hoch 3 natürlich. Und dann wird die E-Funktion abgeleitet. 3 E hoch x abgeleitet sind 3 E hoch x. Abgeleitet ist es. Jetzt stellt sich nun die Frage, wie kann man sinnvoll diese Funktion vereinfachen. Na ja, schauen wir mal links und rechts, was wir alles gemeinsam haben. Ich nehme nur die Termine mit der Variablen. Also E hoch x auf beide Seiten sowieso gleich. Und dann natürlich auch die Klammer. Einmal mit hoch 2, einmal mit hoch 3. Aber in der Klammer mit hoch 3 steckt auch die Klammer mit hoch 2 drin. Das bedeutet, diesmal können wir ein bisschen mehr nach vorne ziehen. Wir können einmal dieses E hoch x nach vorne ziehen. Und dann auch noch die Klammer mit der Hochzahl hoch 2. Dann schauen wir jetzt entsprechend, was noch übrig geblieben ist. Auf der linken Seite haben wir nur noch Zahlen übrig. Wir haben die 3, die 2 und noch diese 3 hier. 3 mal 2 sind 6. Mal 3 sind 18. Das bleibt links übrig. Und auf der rechten Seite haben wir einmal diese 3. Und dann noch einmal die Klammer, weil sie hier mit hoch 3 war. Das bedeutet, eine bleibt noch übrig. Und natürlich innen drin hier können wir noch ein bisschen vereinfachen, beziehungsweise zusammenfassen. Das bedeutet, den vorderen Teil schreibe ich einfach nur ab. 2x minus 1 hoch 2. Und dann löse ich diese Klammer auf. Dann habe ich 18 plus 6x und 3 mal minus 1 sind natürlich minus 3. Also entsprechend, dass noch die Endfassung hinschreiben. An dieser Stelle haben wir e hoch x mal 2x minus 1 hoch 2. Und die rechte Klammer so weit wie möglich zusammengefasst. 18 minus 3 sind 15 plus 6x. Ja, das ist eine komplexere Funktion. Ich versuche natürlich in diesem Tutorial Aufgaben auf verschiedene Schwierigkeitsgrade zu machen. Und andererseits versuche ich auch ein bisschen Vielfalt in die Sache zu bringen, auf verschiedene Funktionstypen zu verwenden. Deshalb schauen wir uns jetzt auch ein Beispiel mit einem Funktionen-Schar. Und ln ist auch noch dabei, damit wir ein bisschen auch Vielfalt haben. Von den Funktionstypen her. Entsprechend könnten wir auch hier mit der Produktregel ableiten. Ich denke mir, das ist ja ganz klar. Das ist u und das ist hier v. lnx zur Erinnerung abgeleitet ist 1 durch x mal v. Also die Sinusfunktion bleibt ja gleich. In diesem Fall plus u. Also ln wird abgeschrieben. Und die Sinusfunktion ist natürlich in diesem Fall verkettet. Das bedeutet, die äußere Funktion ist die Sinus selbst. Und die innere steht hier in Klammer. Sinus abgeleitet ist Cosinus. Deshalb Cosinus von ax plus 1. Und dann mal die innere Ableitung. Naja, ax plus 1 abgeleitet sind a. Vergiss nicht, Parameter sowie a werden wie Zahlen behandelt. Und damit wäre die Sache schon erledigt. Eine Zusammenfassung des Terms wäre nicht wirklich sinnvoll an dieser Stelle. Und hier ist unsere letzte Beispielaufgabe. Hier auch ein bisschen was Besonderes. Wir haben einen Bruch. Ja, okay, man könnte, wenn es bekannt ist, auch die Quotientenregel anwenden. Aber das ist überhaupt nicht notwendig. In diesem Fall kann man auch die Funktion sehr leicht umschreiben. Und zwar, diese e hoch minus 2x Term ziehen wir nach oben mit mal. Zur Erinnerung, nach der Potenzregel ändert sich dabei nur das Vorzeichen bei dem Exponenten oder bei der Hochzahl. Entsprechend statt minus 2x haben wir e hoch 2x. Und ich glaube, spätestens jetzt wieder erkennbar, das ist u und das ist v. Und wir können wieder loslegen. Also die erste Ableitung ist dann u' abgeleitet. 2x abgeleitet sind 2. Dann mal v e hoch 2x plus u, also 2x mal die e-Funktion abgeleitet. Also die äußere bleibt wieder gleich, wird nur abgeschrieben und am Ende mal die innere Ableitung. 2x abgeleitet sind wiederum 2. Natürlich klammern wir die e-Funktion auf beiden Seiten aus. Und dadurch kriegen wir einen schöneren Term raus als Ergebnis. e hoch 2x, Klammer auf. Auf der linken Seite bleiben nur die 2 übrig. Und auf der rechten Seite haben wir 2x mal 2 sind 4x. Und damit ist die Aufgabe auch beendet. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Ich habe bereits bemerkt, um die Terme am Ende zusammenzufassen, werden sehr oft Potenzregeln benötigt. Genauso gut kann man auch Logarithmusregeln benötigen. Dann, sehr wichtig im Zusammenhang mit der Produktregel ist natürlich die Kettenregel, weil sie immer zusammen auftauchen können. Eine andere wichtige Ableitungsregel wäre die Quotientenregel. Im Zusammenhang mit diesem Thema kann man natürlich auch noch die Ableitung der Umkehrfunktion betrachten oder die Ableitung von Exponentialen-Logarithmus-Funktionen. Wenn Bedarf, Tutorials zu all dieser Themen findet ihr gleich im Abspann. Vielen Dank.